Was ist die Situation in Libyen? Wir müssen konstatieren, dass Gaddafi ja über viele Jahre von der EU und von den USA unterstützt wurde, dass jahrzehntelang gute Geschäfte mit Libyen gemacht wurden, Waffen geliefert wurden. Und darum ist unsere Forderung jetzt ganz klar und deutlich, jegliche militärische Eskalation muss verhindert werden. Auch zweideutiges Gerede über eventuelles militärisches Eingreifen führt dazu, die Situation zuzuspitzen. Wir fordern ein sofortiges Waffenembargo. Die Bundesrepublik hat sich ja nun vor einigen Tagen auf verstärkte Interventionen aus der Öffentlichkeit dazu durchgerungen. Das muss natürlich für die gesamte internationale Staatengemeinschaft gelten. Wir fordern, dass sowohl die EU als auch alle anderen Länder, die die Möglichkeiten dazu haben, alle diplomatischen, politischen und wirtschaftlichen Mittel, die sie haben, in die Waagschale werfen, um einen militärischen Konflikt zu verhindern. Und wir sind der Auffassung, dass sich sowohl die Europäische Union als auch darüber hinaus die internationale Staatengemeinschaft mit der Flüchtlingsfrage ernsthaft auseinandersetzen muss. Es muss unbedingt eine humanitäre Katastrophe abgewendet werden. Und auch die Bundesrepublik Deutschland muss hier offensiv ihre Hilfe der UN, den Vereinten Nationen und dem Flüchtlingshilfswerk anbieten. Zweiter Punkt, das Chaos an den Tankstellen. Ich schätze ein, dass dieses E10-Chaos eine weitere Station einer nun schon längeren schwarz-gelben Pannenserie ist. Aus unserer Sicht handelt es hier sich um einen sehr dilettantischen Eingriff in den Markt. Die Folgen sind höhere Spritpreise, höhere Benzinpreise und, was man überhaupt nicht geringschätzen darf, eine Einschränkung der Mobilität für Bezieher niedriger einkommen. Mit E10 sollte den Automobilkonzern und den Mineralölkonzern so etwas wie ein grünes Mäntelchen umgehangen werden. Das ist komplett schiefgegangen. Und E10 und das Chaos darum ist ein gemeinschaftliches Versagen von Bundesregierung und den entsprechenden Mineralölkonzernen. Nun hat der Minister Bröderle einen Benzingipfel angekündigt. Wir sind der Auffassung, dass es sich hier nicht um einen Benzingipfel handeln sollte, sondern um einen Mobilitätsgipfel. Umweltverbände, Wissenschaftler, auch die Bahnen sollten hinzugezogen werden. Und es sollte endlich das Gebot der Stunde auch beachtet werden, nämlich Mobilität von der Straße auf die Schiene, mehr Nachhaltigkeit im Verkehr und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Und ich will da nur zwei konkrete Möglichkeiten benennen. Die Linke hat auch schon im Bundestag gefordert, dass es für Geringverdiener und Arbeitslose eine 5-Euro-Bahn-Card gibt, die also wie die Bahn-Card 25 wirkt. Das wäre zum Beispiel ein wesentlicher Hebel, um den Umstieg auf den öffentlichen Personennahverkehr und die Schiene zu fördern. Und wir denken, dass es auch an der Zeit wäre, die Bahnpreise auf Pendlerstrecken zu senken. Also das wären zwei Möglichkeiten jenseits des Autos. Und das zweite Beispiel, was ich ansprechen möchte, ist, dass wir es sehr gut finden würden, wenn die Elektromobilität gefördert würde. Und wir hatten ja schon mal eine Abwrackprämie. Wie wäre es denn mit einer Schrottprämie für Spritschlucker, um dann ein Elektroauto anzuschaffen? Dritter Punkt, den ich ansprechen möchte, der Internationale Frauentag. Morgen ist der 8. März und zum 100. Mal wird der Internationale Frauentag begangen. Clara Zetkin und ihre Mitstreiterinnen hatten damals zum Frauentag vor allen Dingen drei Ziele. Das erste Ziel war die Einführung des Wahlrechts für Frauen. Das haben wir ja in der Bundesrepublik Deutschland, aber noch nicht weltweit. Daran sollte man vielleicht auch erinnern. Zweitens ging es um bessere Arbeitsbedingungen für Frauen und drittens um den Einsatz von Frauen gegen den Krieg. Zum Wahlrecht habe ich etwas kurz gesagt. Wenn wir uns anschauen, wie es mit der Gleichstellung am Arbeitsplatz bestellt ist, haben wir auch in der Bundesrepublik noch sehr große Defizite. Die Forderung, gleiches Geld für gleiche Arbeit, ist bis heute nicht verwirklicht. Und in den letzten Jahren ist ja in Deutschland der Niedriglohnsektor immer weiter ausgedehnt worden. Und Niedriglohn, das sagt jede Statistik, ist in Deutschland vor allen Dingen Frauensache. Und jede siebte Frau in Vollzeit arbeitet für weniger als 1.000 Euro brutto, davon sogar mehr die Hälfte als für weniger als 800 Euro brutto. Und zwei von drei Vollzeitarbeitskräften mit weniger als 1.000 Euro brutto sind Frauen. Also der Grundsatz, gleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt, gleiche Chancen im Arbeitsleben, ist noch lange nicht umgesetzt. Und wir haben gesehen, leider muss man das konstatieren, dass auch wenn eine Frau Bundeskanzlerin ist, wenn darüber hinaus eine Frau Arbeitsministerin ist, eine Familienministerin, eine Frau ist, dass das nicht unbedingt dazu beiträgt, dass die Lage der Frauen, dass die Situation der Frauen sich in der Bundesrepublik verbessert. Und das gehört zum 8. März unbedingt betont. Wir wollen, auch wir als Linke, mehr Frauen in Führungspositionen. Aber wir wollen vor allen Dingen, dass Frauen die Möglichkeit haben, sich in Würde und auf einem vernünftigen Niveau auch ihr Leben selbst zu gestalten, dass sie für ihre Arbeit auch eine vernünftige Entlohnung bekommen. Vielen Dank. Ja, guten Tag. Ich freue mich natürlich heute hier zu sein. Aus besonderem Anlass. Der besondere Anlass besteht darin, dass wir in 13 Tagen Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt haben. Ein Datum, das, das sage ich hier voller Überzeugung, nicht nur für das Land Sachsen-Anhalt, sondern für die Bundesrepublik insgesamt schon ein ganz wichtiges Signal für dieses Jahr 2011 und darüber hinaus aussenden wird. Wir haben hier tatsächlich die Chance und die Möglichkeit, das erste Mal in der Geschichte meiner eigenen Partei in der Landtagswahl zu gewinnen. Und wir haben diese Möglichkeit deswegen, weil sich bei uns innerhalb von Sachsen-Anhalt eine klare politische Polarisierung zwischen der CDU auf der einen Seite und der Linken meiner Partei auf der anderen Seite vollzogen hat. Das bedeutet, dass wir mit diesem Landtagswahlkampf, also politische Signale natürlich für das Land entscheiden werden, aber auch politische Signale weit darüber hinaus für die Bundesrepublik mit aussenden können, weil wir zumindest die Möglichkeit haben, hier klar zu sagen, welche politischen Alternativen, welche politischen Konzepte haben in diesem Land Sachsen-Anhalt die Mehrheit. Und wir wissen natürlich um unsere Verantwortung nach dem erfolgreichen Wahlkampf unserer Genossinnen und Genossen aus Hamburg, wie entscheidend ist auch für die weitere Entwicklung der politischen Landschaft und für die Möglichkeit, es ist Druck auf die CDU, FDP, Bundesregierung auszuüben, mit welchem Wahlergebnis wir diese Landtagswahl abschließen. Und wir wissen natürlich auch, dass unser Wahlergebnis schon ein Stück weit die Situation in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit beeinflussen wird, die ja eine Woche später fehlen. Wir haben am Sonnabend einen sehr beeindruckenden Parteitag zum Start in die heiße Wahlkampfphase durchgeführt. Man hat diese Partei im Land Sachsen-Anhalt selten so ausdrücklich entschlossen, so wahlkampfbereit, so motiviert gesehen, wie an diesem Tag. Die Partei ist davon überzeugt, dass wir es schaffen können, diese Wahl zu gewinnen. Und die Partei wird alles dafür tun, in den nächsten Tagen dieses Ergebnis wirklich zu erreichen. Die zentrale Ausgangslage, die zentrale Botschaft für das Land ist aber, dass wir uns im Wesentlichen um drei zentrale Themen in diesem Landtagswahlkampf kümmern. Das heißt nicht nur wir, sondern alle Parteien. Das erste große Thema sind die Arbeitsbedingungen, die Rahmenbedingungen für Erwerbsarbeit in Sachsen-Anhalt. Und da muss man nochmal ausdrücklich sagen, Sachsen-Anhalt ist das Land mit den geringsten Stundenlöhnen in der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Sie liegen bei 75 Prozent des Durchschnittes und das muss man immer dagegen setzen. Sachsen-Anhalt ist gleichzeitig das Land mit der höchsten Arbeitsproduktivität im Osten Deutschlands, immerhin 83 Prozent des Bundesdurchschnittes. Das heißt also, wenn wir in der gesamten Bundesrepublik von einer sehr stark ausgeprägten Binnenmarktschwäche im Verhältnis zur Produktivität von Arbeit sprechen, haben wir in Sachsen-Anhalt hier nochmal den I-Punkt obendrauf. Das heißt also, selbst im Verhältnis des Bundesdurchschnittes müssten die Leute eigentlich 10 Prozent mehr verdienen, als sie es jetzt tun, vor dem Hintergrund der Arbeitsproduktivität, die wir in Sachsen-Anhalt haben. Wir sind ein Billiglohnland, aber wir sind auch explizit von der Politik dazu gemacht worden. Es gibt eine Billiglohn-Anwerbestrategie dieser Landesregierung. Es gibt kein Vergabegesetz, es gibt keinerlei Anzeichen der CDU, zum Beispiel Fördermittel, viele teure Fördermittel, EU-Mittel, Bundesmittel, Landesmittel, darauf zu verwenden, wirklich qualitativ hohe Arbeitsplätze zu schaffen. Sondern man ist tatsächlich damit zufrieden gewesen, in den letzten Jahren Billiglohn-Arbeitsplätze heranzuorganisieren, übrigens mit Geld einzukaufen, unter der Rahmenbedingung, dass sie manchmal im Westen der Bundesrepublik abgebaut worden sind, weil man sie hier im Osten mit Geld subventioniert hat und dann auch noch mit Billiglohn besonders attraktiv gemacht hat. Und damit muss Schluss sein. Deswegen sagen wir ausdrücklich, diese Auseinandersetzung stellen wir in den Wahlkampf. Und ich sage ausdrücklich, an diesem Punkt gibt es auch eine Wechselstimmung im Land Sachsen-Anhalt. Das zweite große Thema ist das Bildungswesen bei uns. Da haben wir tatsächlich die Situation, dass wir mit unseren alternativen Vorschlägen zum gemeinsamen, längeren Lernen, ohne das Schulsystem völlig aus den Angeln zu geben, sehr viel Reflexion in der Bevölkerung bekommen, sehr viel Zustimmung in der Bevölkerung bekommen. Wir wollen die Sekundarschule, an der es jetzt die Möglichkeit gibt, einen Real- und Hauptschulabschluss zu realisieren, so qualifizieren, so stärken, dass man dort auch die Möglichkeit hat, die Voraussetzungen zu erwerben, um später in die Abiturstufe zu wechseln. Das ist ein Projekt, das viel Zustimmung bei uns im Land bekommt. Die CDU will knallhart bei dem gegliederten Schulsystem bleiben, ein Schulsystem, das zurzeit sehr teuer ist. Wir haben eine sehr gute Schüler-Lehrer-Relation, vor allen Dingen im Verhältnis mit den westlichen Bundesländern. Aber wir haben eine miserable Quote bei den Abschlüssen. Im letzten Jahr war es so gewesen, dass 27 Prozent der Kinder und Jugendlichen die Schule entweder mit gar keinen Schulabschluss verlassen haben oder nur einen Hauptschulabschluss. Und weniger als 24 Prozent der Jugendlichen haben ein Abitur abgelegt. Und das vor dem Hintergrund eigentlich relativ guter Schüler-Lehrer-Verhältnisse bei uns im Land Sachsen-Anhalt. Und da sagen wir ausdrücklich, das liegt an diesem System, das liegt an diesem gegliederten Schulsystem, das die Kinder nicht nach Leistung sortiert, sondern nach ihrer sozialen Herkunft. Drittes großes Thema. Wir haben nur halb so viele Kinder bei uns in Sachsen-Anhalt, die geboren werden, im Verhältnis zu dem, was wir bräuchten, um eine stabile demografische Entwicklung zu bekommen. Aber davon leben wiederum ein Drittel in Hartz-IV-Familien. Und ein großer Teil weiterer Kinder, denen geht es materiell nicht wirklich besser. Da sagen wir, das ist das entscheidende Problem für ihre spätere Entwicklungsperspektive. Wir haben die Situation, dass wir einen sehr, sehr hohen, engen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft auf der einen Seite und Bildungschancen auf der anderen Seite haben. Wir wollen alles dafür tun, dass die Kinder, die von materiellen Voraussetzungen, von Elternhäusern nicht die besten Voraussetzungen mitbringen, solche gesellschaftliche Unterstützung erfahren, dass sie in der Lage sind, auch ihre individuellen Chancen zu ergreifen, dass sie in der Lage sind, in diesem Bildungssystem wirklich entsprechend hohe Qualität an Abschlüssen zu erreichen und ihren Weg zu gehen. Das ist übrigens nicht nur unsere Verpflichtung gegenüber den betroffenen Kindern, das ist die Verpflichtung gegenüber der Perspektive des Landes Sachsen-Anhalt. Die hat es nämlich sonst nicht, wenn es nicht in der Lage ist, gerade diejenigen Kinder dort abzuholen, wo sie sind und optimal zu fördern. In all diesen drei Punkten, die ich jetzt genannt habe, haben wir klare gesellschaftliche Mehrheiten für unsere Konzepte. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir am 20. März auch Mehrheiten an der Wahlurne bekommen können. Und wir sagen ausdrücklich, da vertreten wir Mehrheitspositionen, die CDU vertritt gesellschaftliche Randpositionen und deswegen haben wir die Chance, die Mehrheit zu bekommen. Danke. 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 Danke.